Das ist ein echt weiter Weg, ne? Aber wir können auch da durch und dann kommt man wahrscheinlich da hin. Also hier runter und dann da. Da rein. Ja, gehen wir da mal hin. Piu. Was haben wir hier? Schauerliche Energie durchdringt deine Feinde. Versuchsgelände. Guck mal, das ist auch ein Weg. Naja. Ach lol. Alter, was? Was ist das für eine Fähigkeit, die wir da haben? Mach sie alle weg. Mach sie alle weg. Oh, Leute. Kann man da nicht auf. Was sind das für kranke Leute hier? Kranke Typen. Ich glaube, das war gar nicht mehr. Ich glaube, das war gar nicht mehr. Alter, wie viele explodieren da bitte gerade. Noch gar keiner habe ich das Gefühl. Jetzt erst. Okay. Ich glaube, das war nicht mehr. Wie kann das? Ich weiß nicht, dass ich einen Endem-Mail kann. Was bitte ist das denn für eine Horde? Was bitte? Ja, ist das mit Absicht so? Das ist auch niemand mit Absicht so. Das ist das mit Absicht so. Das ist das mit Absicht so. Das muss man ja mal ein Ende nehmen. Das hat kein Ende, ne? Kann man auf jeden Fall jetzt gut trainieren, ja. Das ist das mit Absicht so. Aber viele Punkte gibt das auch nicht, ne? Also lohnt sich das gar nicht hier jetzt so rumzuwuscheln. Oh, da auch ein paar Punkte gibt es. Besser wäre, wenn ich mehr Munition hätte für die Knarre. Okay. Okay. Gehen wir weiter. Jetzt hat er das ein Ende, weil wir durch sind. Halleluja, du. Halleluja. Da ist noch ein Weg, der nach unten geht. Kann ich da jetzt noch hin? Ja. Ja, hat aufgehört. Oder? Alarm. Alarm, Alarm. Alarm. Fuck. Das... Unnötig. Das war unnötig. Scheiße. Ah, Mann. Scheiß Laser und dann der Baum. Der Busch. Ich wollte doch nur gucken, was da ist. Was haben wir gekriegt? Fringert die Kanonenrückstoß erlittenen Umgebungsschaden. Und den erlittenen Umgebungsschaden. Also die Laser und Büsche machen 30% weniger Schaden. Eigentlich nicht schlecht, ne? Mehr Gesundheit. Krit. Hier ist auch noch mal Krit. Ah, ne, Krit Treffer. Ja doch. Chance auf kritische Treffer. Kanonenschaden. Ein bisschen Rüstung. Nehmen wir auch noch mit. Und Chill nehmen wir auch noch mit. Wo war ich denn durch? Da war ich durch, ne? Und da unten? Ach ja, wegen dem Ding. Ja, dann gehe ich jetzt. Und da oben ist auch noch irgendwas. Na gut, dann gehen wir mal da oben gucken. ae. So. Okay. Aber das Ding ist schon, also die Ebene ist schon richtig gut zum Farmen von Kristallen bei den ganzen Lasertypen und die sind ja auch schnell weg. Also eigentlich wird der A trainieren gar nicht mal so verkehrt. Wee! Die Lettere, die verlässt deinen Geist. Wer verlässt meinen Geist? Monster Raum, jawoll! Monster Raum, jawoll! Der, den? Der! Der, der, den? Ohohoho Schade, ich dachte, ich treffe den Fisch damit Todesstoß Immer noch Rang 1, noch haben wir nichts Doppeltes gekriegt Zwei Haltregel Oh, was können wir jetzt? Ein langsamer Tod Das ist mein Geist, verstehe ich noch nicht ganz, aber okay Irgendwie mein Körper und den Geist fällt Oh Hey Hä? Was ist jetzt los? Ach so, komm mal auch hoch Ob ich direkt tot bin, wenn ich Matsch bin Will ich gar nicht ausprobieren Die Schatzkammer Mal gucken Hier braucht man eigentlich wieder eine Fähigkeit Mal gucken, ob wir die Fähigkeit haben Aha Ja, bestimmt fliegen, ne? Okay, warte Ja Hä Äh Flow Hä, wo bin ich jetzt schon wieder? Was ist das eigentlich für ein Sam? Da ist ein D-Laser aus Aber man kann sie auch wieder anmachen Für Hier unten Ach so Das muss natürlich an sein So Jetzt verstehe ich Und jetzt so Jetzt sind die Laser an Aber die Tür ist offen Cooles Rätsel Okay, lass mich jetzt mal checken Wenn ich die anmache Sind die Laser an Jawoll Wenn ich die anmache Sind die Laser an Okay Okay Also hier Muss blau aus Okay, dann machen wir mal eben blau aus Dafür muss rot Erstmal wieder aus So, dann blau aus Ich mach mal rot Erstmal wieder an Das kann gelb Okay Blau fehlt noch Ja, da unten ist das ja egal Ja, aber wir schaffen ja jetzt Blau Einfach Wieder zurück Erstmal rot aus Jetzt komm ich da nicht hoch Blau an Rot an Oh, easy Das war ja nix War ein Kennerspiel Gelacht für einen Profi wie mir Was soll er jetzt? Was soll er jetzt? Erstmal gegen checken Okay, wenn ich rot anmache Geht das hoch Wird doch gelacht Wenn ich das nicht hier schaffe Auch wenn mich das jetzt gerade hier richtig abnervt Dieses Rätsel Geht das jetzt auf? Ah Okay Lila muss erst wieder aus Damit ich blau anmachen kann Okay, alles klar Lila erst mal wieder aus Jetzt komm ich da nicht durch Wo haben wir Lila angemacht? Das ist gelb Was ist hier? Okay Was bist du? Ach du bist so ein Hauptding So ein Hauptkanal Die Hauptkanäle müssen an sein Okay Ich verstehe Hier muss ein anderer An der blau muss ja an Das ist grün Das ist rot Aber ich habe doch gar keine große Angemacht Ach jetzt ist aus Okay So Okay Okay Ähm Erstmal schlau werden hier Jetzt können wir hier rein Und den nächsten Hauptkanal anmachen Tschung So Und jetzt müssten wir ja da unten links den Hauptkanal anmachen Gelb 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 muss aus Gelb muss aus Gelb muss aus Gelb kann ruhig an Ich komme ja von links auch rein So So Jawollo Easy Rätsel Aber war nicht rechts noch irgendwas Nicht dass ich jetzt was Was sehe Ein Geheimnis oder so Rechts war da auch noch irgendwas Oder nicht Nee hier war einfach nur grün Ja alles klar Easy Tora Easy Tora Das war ja ein Easy Rätsel Oh Mann hier ist ein Gong Ich meine ich bin voll Ich habe zwei Halltränke dabei Was soll schief gehen Was soll schief gehen many Yo Was soll schief gehen sitting Musik Ich liebe euch chamber Ich liebe euch Ich liebe euch Ah Ich liebe euch As Ja, okay, die haben ein bisschen Leben. Oh, Splitter-Sammler. One, one. Wo sind denn diese Laser-Typen? Die Laser-Typen sind gar nicht mit hier dabei. Die sind einfach... ...als Schwierigkeit grad nur. Nein, nicht weiter, Gong. Ich weiß nicht, ob denn nochmal Feinde kommen. Jo, nächstes. Schildfläschchen. Aber da oben liegen sogar noch zwei Halltränke für gleich. Sollte ich zu viel Schläge kriegen. Geschafft. Drei Halltränke liegen da sogar. The Musk. Die Kosten jeder Verbesserung im Fähigkeitenbaum werden um 20% reduziert. Ach, jetzt erst. Kann ich nochmal Gong? Na gut. Dann nehmen wir zurück zur Flucht. Dann kieren wir zurück. Untertitelung im Auftrag des Wines Untertitelung des ZDF, 2020